Manchmal mache ich mir Sorgen, was ist, wenn es eines Tages keine schönen Schuhe mehr gibt, weil wir sie schon alle erbeutet haben. Aber dann eröffnet Schuh4U am 25. März eine neue Filiale. Wie jetzt in Berlin-Prenzlauer Berg in der Hermann-Blankenstein-Straße. Und das beruhigt mich. Für Nachschub wird gesorgt. Schuh4U. Keine Schonzeit für Markenschuhe.